Musik Oh, hallo, was kann ich euch tun? Die GDF ist ein eingetragener Verein mit 220 Mitgliedern und einem Vorstand und Verwaltungsrat, so wie es sich gehört, als eingetragener Verein mit dem Ziel, die Hochschule Bochum und die Studierenden in der Hochschule zu unterstützen. Die GDF fördert die Studierenden in der Hochschule Bochum mit dem Ziel, die Studienbedingungen hier in Bochum zu verbessern. Musik Die Gelder werden eins zu eins unverbessert direkt für die Studierenden in der Hochschule Bochum ausgegeben und da haben wir bestimmte Schwerpunkte, die wir da fördern. Das kann eine Einzelförderung sein von einzelnen Studierenden, das kann eine Projektförderung sein, also eine Gruppe, die ein Projekt macht, die gefördert wird, oder eine Kollektivförderung, wo wir eigentlich Geld ausschütten an alle Studierenden in der Hochschule. Die GDF fördert das so locker und ich fördere die GDF. Die GDF fördert Stipendien und ich fördere die GDF. Die GDF fördert Studenten, wir fördern die GDF. Die GDF fördert Exkursionen und ich fördere die GDF. Die GDF fördert uns und wir fördern die GDF. Musik Musik Musik